Hi, ich bin Philipp und ich möchte jetzt mal zeigen, was man mit diesem praktischen, vielseitigen Instrument so alles machen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Philipp und ich bin Philipp und ich bin Philipp und ich bin Jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen, was man mit der Gitarre so alles machen kann. Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten als die, die ich jetzt gezeigt habe.